Deutschlandfunk, Kalenderblatt. 24. Juli 1923. Heute vor 100 Jahren wurde der Vertrag von Lausanne unterzeichnet. Ein Beitrag von René Wildangel. Das Hotel Chateau d'Ouchy im schweizerischen Lausanne sei das hässlichste Gebäude von Europa. So beschrieb ein junger Korrespondent der kanadischen Zeitung Toronto Star den Tagungsort. Seit Ende 1922 diskutierten hier europäische Delegationen über eine neue Friedensordnung nach dem Auseinanderbrechen des Osmanischen Reichs. Der Korrespondent war der spätere US-amerikanische Literaturnobelpreisträger Ernest Hemingway. Er porträtierte für seine Zeitung die Konferenzteilnehmer, so auch Italiens Benito Mussolini, den Hemingway als den größten Bluff Europas bezeichnete. Als wir in den Raum kamen, blickte der Schwarzhemden-Diktator nicht auf. So vertieft schien er in ein Buch zu sein. Auf Zehenspitzen schlich ich mich hinter ihn, um zu sehen, was er so begierig las. Es war ein französisch-englisch-Wörterbuch, das er falsch herumhielt. Bei den Verhandlungen in Lausanne ging es vor allem um die Grenzen der Türkei als Nachfolgestaat des zerbrochenen Osmanischen Reiches. Mit dem Vertrag von Sèvres aus dem Jahr 1920 hatten die Siegerstaaten des Ersten Weltkrieges die Reste des Osmanischen Reichs verteilt und sich auch Teile der Türkei einverleibt. Aber Mustafa Kemal, später Atatürk genannt, hatte von Ankara aus einen neuen türkischen Nationalismus entfacht und weite Teile Kleinasiens zurückerobert. Der Vertrag von Lausanne, nach monatenlangen Verhandlungen am 24. Juli 1923 unterzeichnet, sollte den neuen Status quo abbilden. Wir sind zu einem erfolgreichen Ende gekommen. Nicht nur das, wir haben Türen geöffnet für mehr Frieden auf der ganzen Welt. Voller Hoffnung auf eine neue Ära zeigte sich der britische Regierungschef Ramsey MacDonald in Lausanne. Der Vertrag besiegelte auch den Friedensschluss nach dem brutalen griechisch-türkischen Krieg. Der griechische Ministerpräsident Venizelos hatte die Vorstellung eines Großgriechenlands verfolgt, in dem weite Teile der Türkei aufgehen sollten. Doch mit der griechischen Niederlage wurden in Lausanne jetzt andere Grenzen festgelegt. Die Türkei konnte die Kontrolle über ihr heutiges Staatsgebiet erlangen. Die in Lausanne versammelten Verhandlungsführer trafen aber noch andere schwerwiegende Entscheidungen. Schon im Januar 1923 hatten sich Griechenland und die Türkei auf einen sogenannten Bevölkerungsaustausch geeinigt. Mehr als 1,2 Millionen Griechen mussten in der Folge Kleinasien verlassen, mehr als 400.000 Muslime ihre griechische Heimat. Konstantinus Zizilikis, Professor für internationales Völkerrecht an der Makedonischen Universität in Thessaloniki. Das ist das erste und vielleicht einzige Beispiel in der Geschichte des internationalen Rechts, bei dem ein Bevölkerungsaustausch vereinbart wird. Das heißt, Menschen werden gezwungen, von einem Land in ein anderes zu gehen. Vertreibungen gab es schon vorher in der europäischen Geschichte, aber neu war, dass dies jetzt per Gesetz beschlossen wurde. Für die Türkei war der Vertrag von Lausanne dennoch ein Erfolg. Nicht nur griechische Gebietsansprüche hatte man zurückgedrängt, auch weit nach Ost-Anatolien konnte sich der türkische Staat ausdehnen. Die noch im Vertrag von Sèvres vorgesehene kurdische Autonomie war ebenso vom Tisch wie die Abtretung größerer Gebiete an Armenien. Doch ausgerechnet der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan stellt die Grenzziehung und die Hoheit über die ostergäischen Inseln heute wieder in Frage, so etwa bei einer Rede im vergangenen Jahr. Eure Besatzung der Inseln verpflichtet uns nicht. Wenn die Zeit kommt, werden wir tun, was notwendig ist. Wir können eines Nachts ganz plötzlich kommen. Die Grenzen der Türkei und Griechenlands wurden im Vertrag von Lausanne festgelegt und haben bis heute Bestand. Doch als bahnbrechende Frieden zur Ordnung, wie manche Zeitgenossen den Vertrag feierten, kann er nicht betrachtet werden. Zu schwer wiegen die Legitimierung nationalistischer Exzesse und weitreichender ethnischer Vertreibungen mit Blick auf die folgenden Katastrophen des 20. Jahrhunderts.